Derart fantastische Bilder, wie wir es gestern mit der Furka-Joch-Fotowepcam am Abend aufgenommen haben, das haben wir so redlich verdient gehabt. Und zwar nach 10 Tagen Schmuddelwetter vom Feinstein. Ich zeige euch gleich noch etwas dazu bei der Statistik. Und begrüße euch jetzt einmal recht herzlich zum heutigen Wettering Regionalwetter Ende April. Und wie ihr da seht, es ist in der Berg noch immer sehr winterlich. Ja und die vergangene Nacht hat den Ändliho einmal einen Sternerhimmel präsentiert am Furka-Joch. Da hat der Mond die ganze Landschaft in Wiese gekühlt. Und dann in der Frühjahr-Morgerstunde, als der Mond dann abgegangen ist, ist die Sonne zum Vorschein gekommen und hat die ganze Wiese-Berglandschaft angeleuchtet. Passen bitte auf, falls ihr noch in den Bergen unterwegs seid. Die Lawinen gefahren ist erheblich zum Teil in den Berghängen. Wir haben immer wieder Gleitschneelawinen gehabt die letzten Tage. Und am Sente-Storm auf 2500 Meter liegen sage und schreibe 6 bis 7 Meter an kompakter Schneedecke. Also so viel Schnee Ende April haben wir 2019 war das. Da haben wir sogar an der Furka-Joch-Messlatte bis zu 2 Meter Schnee gehabt. Schauen wir uns jetzt noch an, wie ihr das dazu gekostet. Wir haben das ja bereits schon im Hochsommer befunden. Wir haben im April, Anfang April schon Werte an die knapp 30 Grad gehabt. Und dann sind wir für den 27,5 Grad innerhalb einer Woche nur noch auf 4,9 Grad runter. Also es hat an dem Tag nicht mehr als 4,9 Grad gehabt. Und das ist ein sehr krasser Unterschied für über 22 Grad. Schauen wir uns das Ganze noch an. Seit dem Februar, den See haben wir, ich muss ein bisschen zurückgehen, dass wir da jetzt die kalte Phase gehabt haben. Und der Tag, an dem es in Vellkirch-Novils, Wetterstation Vellkirch-Novils-Nord, nicht mehr gehabt hat als 4,9 Grad. Das war so ein kalter Tag, dass wir das weder im März noch im Februar da erlebt haben. Ihr seht auch noch die Frühtemperaturen, die haben wir immer knapp über 0 Grad gehabt. Die sind ja eigentlich im Februar kaum vorgekommen und im März sowieso nicht. Also das war, man könnte sagen, die kälteste Phase des Winters ist jetzt im Frühling vorgekommen. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Jetzt schauen wir uns aber die aktuelle Wettersituation auf. Auf dem Satelliterfilm sehen wir schon wieder eine leichte Südwestanströmung. Wir haben das Tüftwasser über dem Atlantik. Und genau das bringt uns die Luftmasse aus Südwest. Und die bedeuten, dass die Temperaturen jetzt wieder zunehmen. Wir haben nochmal die Nordeanströmung, die immer kalte Temperaturen gebracht hat, da außer über dem Atlantik. Sie haben das übrigens da, wo kalte Luft einfließt. Wir haben jetzt definitiv einmal bis zum 10. Mai wahrscheinlich eher mildere Temperaturen. Ja, und was der Föhn mit sich bringt, sind vor allem morgen am Samstag kräftige Windböhe. In der Bergdauer erreichen wir bis zu 100 bzw. 120 mh in der Gipfellage. Auch im Lächterstornerraum, Palsas zum Beispiel, sind durchaus derart starke Böhe möglich. Im Bereich Feldkirch, wo wir einen Morgen- oder Sprungtag haben, da werden Windwerte zwischen 40 und maximal 60 mh am Nachmittag erreicht. Und die Kurve, die ihr da hochkommt, ein Föhndiagramm, die zeigt euch schon auch, dass der morgige Samstag auf jeden Fall der stärkste Föhntag ist, was der Wind anbelangt. Und das schaut schon ein bisschen so aus, wie da im Hintergrund die Rampen. Aber da schauen Sie, also wenn der Morgen mit viel Sonnenski an doch windiger, aber doch frühsommerlicher bzw. frühlingshafter Tag der Lärmwende, dann könnt ihr dort einhergehen. Also Eintritt ist kostenlos und ihr Lärmwende auf jeden Fall lässige Sprünge. Und wenn wir da für den Rampen dann hinterher schauen, in die Bergwelt hoffen, sehen wir, wie viel Schnee dort jetzt um die Jahreszeit noch liegt, am Bazzurrahang oberhalb von Fraschstands. Die Wettersituation in den kommenden Tagen. Wir haben also den Samstag mit starken Windböern und die Sonnenscheinausbeute, die ist gar nicht so schlecht am Samstag. Da dürfte es um die 10 Stunden gehen im Rietal. Die Temperatur am Samstag so um die 22, vielleicht sogar 23 Grad, mit denen wir rechnen können. In der Nacht kühlt es dann auch noch mal so viel ab. Bei etwa 12 oder 13 Grad in der Früh wachen wir am Sonntag auf. Der Sonntag bringt höchste Werte bis zu 23 Grad. Am Sonntag noch einmal ein bisschen an Föhnwind. Vor allem mit dem Berg ist der wieder kräftig spürbar. Der Sonntag bringt allerdings, wie wir da aussehen haben, doch deutlich mehr Wolke als der Samstag und somit wird die Sonne abgeschattert. Es ist dennoch mild bzw. frühlingshaft warm mit Temperaturen bis zu 23 Grad. Gegen den Montag auch wird der Föhn ein bisschen schwächer. Er lädt ein bisschen nach. Und so kommt am Montag nicht nur ein bisschen Sahara-Staub in unsere Region. Nur mal so viel, wenn wir es schon gesehen haben. Sondern es wird eben ein bisschen ruhiger, was der Wind anbelangt. Und die Temperaturen, die kommt dann auf den Dienstag auch noch einmal ein bisschen hoch. Wir rechnen sogar um die 25 bis 27 Grad. Mitunter aus 27 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, weil am Dienstag dann der Föhn wieder ein bisschen Fahrt aufwind. Es ist nicht ungetrübt sonnig. Am Dienstag so zwischen 6 und 8 Stunden an Sonnenski. Der Mittwoch bringt dann noch einmal ein recht sehr verbreitet sonniger Tag. Temperaturen sind ähnlich warm. Wir werden verbreitet wieder um die 23 bis 25 Grad erreichen. Ja, und nachher ist es recht unsicher, wie es Wetter geht. Wir können davon ausgehen, dass ab Donnerstag und Frittag das Schauerrisiko auch zum Teil gewitterige Schauer zu näher werden. Vor allem so gegen die Bodensee um. können die den verbreiteten Züge in der Nachmittag- und Arbeitsstunde und die ersten kräftigen Gewitter von der Saison mit sich bringen. Der Temperaturausblick 14 Tage schaut dementsprechend aus. Wir haben jetzt am Dienstag den Höhepunkt. Das sind die Mittagstemperaturen von 12 Uhr. Und derzeit können wir mit rechnen, so gegen 16 Uhr, dass wir den Tageshöchstwert erreichen. Mit etwa bis zu 25 oder 26 Grad. Die Föhnwolke am Sonntag wird dichter. Am Mittwoch schon wieder verbreitet recht sonnig. Und danach kommt allmählich Schauer in unserem Gebiet. Der Föhn lautet nach. Und wie es danach weitergeht, ist es wirklich schwer zu sehen. Wir liegen so in einer Anströmung aus Südwest und dann wieder einmal wahrscheinlich West. Also ein Tiefdruckgebiet ist durch Südkurz, Nordwest und dann wieder West. Temperaturen dürften sich einpendeln im Durchschnitt für die Jahreszeit. Wir waren jetzt ja doch 10 Tage eigentlich unter dem Schnitt. Was sehr, sehr alt ist, sind wir jetzt ein bisschen drüber. Und danach pendeln wir so im Durchschnitt hin und her. Aber wir sehen anhand von dem Hintergrund, dem hellgrauer bzw. transparenter. Die Modelle sind sich bereits, ab der er Föhnlag nahe hat, wenn die Zimmer kracht, recht uneinig. Mit dem wunderschönen, für alle, die das Winterwärter mögen, mit dem wunderschönen winterlichen Bild aus Lech am Allberg. Ich möchte ja noch einmal sagen, wie viel Schnee der Daumen liegt. Aktuell sogar Lech hat jetzt bis zum letzten Wochenende Skibetrieb keinen. Hat das noch einmal voll auskosten können. Und eine derartige Schneelage bzw. so ein Schneefallereignis hätte es natürlich im Februar massiv neue Schnee gebraucht. Der blieb jetzt einmal liegen, vor allem mit einer höheren Lage und dauert den in der kommenden Tag durch einen Föhn wieder ein bisschen leer. Wahrscheinlich wird es den neuen Lehr wieder gerühen. Und da noch ein spektakuläres Bild von Pizzol. Da haben wir auf jeden Fall, wenn wir auf die Höhe gehen, auf 2300 Meter eine körige Schneedecke. Und da sieht man nach der Kamera das rauereis, das sich da gebildet hat. Mein Name ist Lukas Alton und ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt noch ein wunderschöses Wochenende. Und wenn ihr unsere Kanäle nicht abonniert habt, freue ich mich darüber. Gerne euch ein Like noch haben, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Fall wünsche ich euch noch ein wunderschöses Wochenende. Ciao miteinander.